Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und heute geht es nämlich um Felix. Hallo Felix. Hi, ich bin der Felix von Whataboutit, ähnlicher Weltraumkanal wie der von Mo. Und ja, ich freue mich riesig heute Abend hier zu sein. Es ist jetzt das zweite Mal schon und ich hoffe schon, dass er mich zum dritten Mal einlädt. Ja, herzlich willkommen Felix. Ich fange nochmal an, dass du nochmal hier auf der virtuellen Senkrechtstarter-Couch bist. Bis jetzt schon zum zweiten Mal und diesmal geht es auch um Raumfahrt, aber es soll so ein bisschen um dich gehen, weil du gehst ja in die USA und das ist ja schon irgendwie eine krasse Entscheidung. Und es ist natürlich eigentlich traurig, dass du Deutschland verlässt, aber da wird es ja zum Beispiel, ich habe dich ja nie privat kennengelernt, wir kennen uns ja nur virtuell in solchen Zeiten. Und das Schöne ja irgendwie an den Zeiten ist, man ist dann ja gar nicht mehr so aus der Welt. Wir sind so irgendwie zusammengewachsen, ob jetzt in den USA oder in Japan oder Australien und die Raumfahrt und die Hashtag Team Space Community vernetzt sich ja auch immer weiter. Ja, das ist Wahnsinn. Bei mir sieht es ähnlich aus auf dem Kanal auch. Das Team hinter Whataboutit kommt vom ganzen Planeten. Also es ist von überall was da und es ist ganz herrlich. Team Space. Das ist ein guter Punkt. Ich hätte fast nicht vielleicht heute verloren, wenn in Boca Chica vielleicht irgendwie das Wetter letzte Woche besser gewesen wäre, dann hätte es sein können, dass du heute live gehen musst. Und ja, wir wollen natürlich, dass das Starship sich weiterentwickelt und dementsprechend ist es ja eigentlich schade, dass es da letzte Woche so nicht weiterging. Aber natürlich irgendwie schön, dass das jetzt zum vereinbarten Termin irgendwie geklappt hat. Weißt du, was ist momentan so die Lage in Boca Chica? Was würdest du sagen, hast du irgendwelche Ausblicke oder so? Oder was denkst du, ist so in den nächsten Tagen so dran? Die haben ja aufgrund dieser Kältewelle, die da reinschwappte, große Probleme gehabt. Dann haben sie Power Outage in halb Texas gehabt, weil das Power Grid, ich spreche schon wieder zu viel Englisch, weil das Stromnetz nicht klarkam. Mit der Kälte sind Transistoren kaputt gegangen, Leitungen zusammengestürzt, weil der Frost da drauf die Leitungen runtergerissen hat. Und jetzt habe ich gestern mit Dayton Costlow gesprochen. Das ist ein sehr aktiver Fotograf da unten. Und der erzählte mir jetzt auch noch, der wohnt auf South Padre Island und der erzählte, dass ihnen jetzt auch noch das Wasser wegbleibt. Also die Infrastruktur da unten ächzt und stöhnt unter diesen Klimaproblemen. Und deswegen, SpaceX hat dadurch auch Probleme gehabt, natürlich. Die hatten zwar ihre eigene Stromversorgung und die haben auch ihre Solarpanels da, aber zu 100 Prozent ist das nicht zu decken. Das bedeutet, die Arbeiten sind auch da langsamer gewesen, als sie eigentlich hätten sein sollen. Und an Testen war nicht zu denken. Bei klirrender Kälte und Windgeschwindigkeiten von 35 bis 40 Meilen in den Böen, das sind 55 kmh Windböen, das geht nicht. Und deswegen hat es da nicht viel Fortschritt gegeben beim Starship, wo es aber extrem viel Fortschritt gegeben hat. Und darum geht es auch in meiner heutigen Episode, die vor 35 Minuten rausgekommen ist, ist die Launchzeit. Da wird geackert wie verrückt, buchstäblich. Da wird alles umgegraben und Leitungen gelegt. Und für diesen Orbital Launch Mount, also für das Orbital Pad, was sie da jetzt bauen, bewegen die da momentan Himmel und Hölle durch die Gegend. Also da tut sich vieles. Beim Starship, Serial Number 10, was da momentan auf dem Pad steht, gab es gestern ein paar Tests. Wie genau, was genau das war, habe ich mich gar noch nicht informiert, weil ich mitten in der Produktion zur letzten Episode war. Ich habe mal reingeschaut. Es gab Farmventing, aber keinen Frost, so ich das gesehen habe. Also ein Cryo-Test war es nicht. Und heute sollte eigentlich ein Static Fire stattfinden. Das war jetzt aber auch nicht der Fall. Vielleicht dann also morgen. Es gibt Road Closures für, gab es für gestern, gibt es für heute und gibt es für morgen. Und für Donnerstag gibt es einen Unlimited TFR, bedeutet eine Luftraumbegrenzung bis ins All rauf, bedeutet, da darf gar keiner drüber fliegen am Donnerstag. Das sind normal diese Bedingungen, die SpaceX sich da einrichtet für Starts. Ob das nun am Donnerstag ein Start wird, ist fraglich, weil sie müssen noch Static Fire machen. Wenn sie das schaffen, könnte es tatsächlich am Donnerstag zu einem Flug kommen. Aber ich habe gelernt über die Zeit, dass das Anstellen von Vermutungen zu Starship Starts manchmal sehr schwierig sein kann. Deswegen halte ich mich da meistens zurück. Also es ist im Bereich des Möglichen, dass da diese Woche noch ein Start stattfindet. Aber auch hundertprozentig ist es nicht. Das ist schwer zu sagen. Das ist auch so der Hauptgrund. Ich glaube, die Leute, die sich das hier gerade angucken, die kennen dich alle und die muss ich nicht mehr zu dir locken. Aber ansonsten findet ihr einen Link zu Felix' Kanal unter dem Video. Hauptgrund, dich zu gucken, ist, um up-to-date zu sein. Also ich kenne eigentlich keine Quelle, mit der man sich so geil, so gut auf dem Laufenden halten kann. Und wo man bei, ob das jetzt Starship ist, ob es SpaceX im Allgemeinen ist oder Raumfahrt, immer auf dem neuesten Stand ist. Und das ist ja auch zweimal die Woche. Also plus die Livestreams. Also man ist eigentlich rundum versorgt und man braucht kein Netflix mehr. Ist auch günstiger. Ja, was wir an Content momentan veröffentlichen, ist unglaublich und wäre ohne das Team im Hintergrund auch gar nicht möglich. Das ist eine Riesenmaschinerie, die da im Hintergrund läuft. Das bin nicht nur ich. Das versuche ich so oft wie möglich zu erwähnen. Ich mache einen Hauptteil der Scripting und Aufnahmearbeit und die Recherche. Die kommt auch größtenteils von mir. Aber alles andere, alles, was da so im Hintergrund läuft, die ganzen Livestreams, ist die ganze, der Discord, die Planung für die neue Webseite, die wir da momentan am Laufen haben und so weiter und so fort. Das ist alles das Team und das ist ganz großartig. Das ist irre. Das ist einfach ein herrliches Gefühl. Das bringt uns zu einer Frage, die wir auf unserem Discord hatten. Und zwar hat Martin, einer der Mods, gefragt, wie sind deine Livestreams eigentlich organisiert? Also Mods, Technik und so. Und ich meine, du hast auch Einblendung und so. Und das ist also, wie viele Leute arbeiten da normalerweise? Parallel irgendwie Hintergrund? Oder wie ist es, gibt es da irgendwie so Team so und so? Ja, also wir verwenden verschiedene Werkzeuge. Zum einen was, was ich hier auch vor mir habe, was ich jedem Livestreamer nur wärmstens empfehlen kann. Und damit auch dir. Das ist ein bisschen Investition, aber es gibt das Ding in drei Größen, glaube ich. Das ist das Stream Deck. Das Elgato Stream Deck. Es fokussiert jetzt gerade nicht, weil es nur auf meinem, da ist es. Und da ist auch der Hype-Knopf da hinten. Da ist der Hype-Knopf. Das ist ganz wichtig. Okay. Da sind sämtliche meiner Szenen zum Beispiel drauf für OBS. Da kann ich meine Lautstärken einstellen. Da kann ich Chat-Nachrichten raushauen. Da kann ich mein Mikrofon muten oder auch mal die Toilettenpause ankündigen hier mit dem Knopf und so weiter. Und zwar das Ding ist unglaublich praktisch. Ich benutze das noch nicht lange. Es war eine Spende meiner Patrons und YouTube-Member. Das ist so ein klassisches Ding, wofür ich dieses Geld ausgebe. Und das Teil ist ein Segen. Es ist wirklich. Also es gibt es in ganz klein mit, glaube ich, bloß 15 Buttons. Und das reicht eigentlich auch aus, weil man kann sich Ordner erstellen. Das bedeutet, man kann sagen, ein Ordner für Streaming, ein Ordner für den Desktop, ein Ordner für Episodenproduktion. Man kann das Ding für alles Mögliche verwenden. Das ist momentan mein Herzstück auf dem Schreibtisch, wenn ich streame. Dann habe ich natürlich mein Studio zur Verfügung mit der gesamten Beleuchtung und dann inzwischen einem sehr, sehr teuren Mikrofon und lauter solchen Sachen. Das sind auch alles Gaben von meinen Unterstützern. Das ist, da fließt dieses ganze Geld rein. Das wäre ich als Person. Ich benutze Streamlabs OBS zum Streamen. Ich habe fünf bis sechs verschiedene Browser-Tabs offen, während ich streame. Ich habe ein Trello-Board offen. Trello ist eine Webseite, auf der man Organisations-Boards erstellen kann. Und darüber managen wir die ganzen Fragen. Meine Moderatoren schreiben diese Fragen in ein Trello-Board. Und in dem Trello-Board sehe ich die dann auf Poppen und kann die mir zur Seite schieben oder direkt beantworten. Und wenn ich es beantwortet habe, schiebe ich sie in Done und so weiter und so fort. Darüber läuft diese Organisation. Und dann kommt die Magie des Teams im Hintergrund. Wir haben ja inzwischen einiges, was wir in den Livestreams machen. Wir machen zum Beispiel diese Twitter-Einblendungen, wo man mit einem Hashtag tweeten kann. Und dann läuft das in unserem Stream. Das ist alles tatsächlich selbstprogrammierte Software aus unserem Team. Da sind Leute hingegangen und haben diese kleinen Programme programmiert, mit denen wir dann da die ganze Organisation machen. Und wie das funktioniert, ich bin ein End-User. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, dass also bei jedem Livestream im Normalfall mindestens sechs bis acht Leute im Hintergrund arbeiten, um mich zu versorgen mit Fragen, mit Informationen. Gerade bei Starship-Livestreams ist es ja nur auch sehr wichtig, dass man immer up-to-date ist, was nun gerade eigentlich passiert. Kommt jetzt das NASA-Flugzeug schon oder ist das Pad schon clear und ist vielleicht irgendwo anders was Interessantes noch passiert? Und hat Elon Musk getweetet oder was auch immer, wenn ich das alles selber, das geht. Man kann das auch alles selber unter Kontrolle halten, aber dann wird es schwierig. Und dann gehen vor allem acht Stunden Livestreams nicht. Weil wenn du auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzt und das acht Stunden lang, dann fällst du irgendwann tot um. Und da ist das Team einfach unglaublich stark. Das ist Wahnsinn, was die da machen. Wie genau die sich da organisieren. Ich mache immer die Livestreams. Ich kriege immer nur von denen sämtliche Informationen. Ich weiß, da steppt der Bär bei uns im Discord. Die vernetzen sich über den Discord. Und das greift alles ineinander da. Das ist Wahnsinn. Die sind sehr geübt inzwischen. Wir haben die 100 Stunden Livestream voll auf dem Kanal. Und viele von denen, die da mithelfen, waren von Anfang an dabei. Und die wissen einfach genau, was sie machen müssen. Krass. Das ist toll. Da habe ich mir eine Frage aufgeschrieben, die hätte ich eigentlich später erst gestellt. Aber alle, die sich so ein bisschen in deinen Sphären beschäftigen oder deinen Kanal regelmäßig gucken, denen sagt der Name Split Second Mom was. Und ja, ich habe mit Steffi auch schon gesprochen. Und ganz toll, was sie irgendwie auch organisiert hat. Unser erster Livestream hat sie im Prinzip dann die Organisation gemacht, von wegen wann wir das machen und so. Und da ist so meine Frage, ob das so ein bisschen so ein Familienprojekt ist. Weil, ja, man hört und sieht oft was von ihr. Also ihre Streams gibt es ja jetzt leider nicht mehr aktuell. Sie hat aber schon gesagt, dass sie da auch mal wieder was machen möchte. Ja, ich nötige sie ständig. Hoffentlich. Also Split Second Mom ist die Frau, die mir mal dieses Ding hier angesteckt hat. Das ist meine Ehefrau. Und die ist von Anfang an dabei gewesen. Die war von Anfang an extrem angetan von der Idee. Hat mich in jedem Zug unterstützt. Manchmal auch blind. Und dass wir es beide noch nicht genau wussten, wie das überhaupt funktionieren soll. Und sie einfach sagte, mach du mal, ich vertraue dir da. Und die hilft überall. Die ist das ein Herz in der Community. Sie macht das gesamte Teammanagement. Immer wenn irgendjemand Neues dazu kommt und sagt, ich würde gerne helfen, dann sage ich dem, sprich mal mit Split Second Mom. Weil die das so toll macht. Das ist ganz großartig. Sie organisiert die ganzen Teammeetings, die wir machen. Also einmal in der Woche ein Teammeeting, um immer alle auf dem gleichen Stand zu sein. Und sie organisiert wie eine Verrückte im Hintergrund rum. Und ich bin ihr da. Wenn du jetzt gerade zuschaust, Schatz, ich weiß es nicht genau, dann, ich liebe dich über alles dafür, dass du das tust. Die ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Team. Vielen Dank, dass du Felix so unterstützt. Wir genießen das alle sehr. Ich weiß nicht genau, ob sie da ist. Ich schiele immer in den Chat rein. Doch, da ist sie doch. Schau, da. Stefanie Schlange heißt sie hier gerade. Da ist sie. Sie ist immer in der Nähe. Liebe Grüße. Übrigens, ihr habt es gerade gehört, man kann das ja im Twitter auch lehnen, Felix Schlang. Das war so ein bisschen der Joke hinter dem Thumbnail, von wegen, dass ein Krokodil eine Schlange beißt oder isst, weil Felix ja nach Florida geht und da soll es ja Krokodile oder Alligatoren geben. Die soll es da geben, ja. Du hattest auch in einem der Livestreams manchmal, naja, also, ja, klar, irgendwie Naturschutzgebiet, da gibt es die schon, aber es ist jetzt nicht so, dass die da permanent irgendwie überall rumlaufen und andauernd YouTuber essen. Das hoffentlich nicht. Wie kam es dazu, dass ihr euch entschieden habt, als Familie mit Kind und Kegel nach Florida zu gehen? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.